Okay, ich habe jetzt mal ein bisschen, naja, fortgesprungen, als beim letzten Mal. Jetzt sind wir beim Model in Macon. Ich habe ein bisschen wirklich nach vorne gesprungen, aber im Ernst. Ich habe eine Aufnahme gemacht, die ist irgendwie fehlgeschlagen, dann ist, naja, das ist leider so. Oh ja, da ist was drin. Na gut. Geh raus, du Schalldämpfer. Aber der Geräusch? Ja. Kissenschalldämpfer. Sehr effektiv gegen Zombies oder Beißer oder was auch immer. Was für Dinger sind. Ich frage mich, ob sie überhaupt ein eigenes Wort verdient haben. Das ist ein... ...Spark-flug. Oh, Spark-flug. you should hold on to that it could come in handy aha jetzt ist es auch das ist awesome war was dran? cool war? nein aber naja dann haben wir ja mal mal ach ich vergesse den Mist immer ok von sowas habe ich ja noch nie gehört ich frage mich ob das auch wirklich so ist oh man oh man das könnte so gut das ist genau wie ich dachte schnell rüber I'll wait for it to get closer wait for it back down it bam I just need to go home oh my god for sure where did your weapon go? into that big size hole holy shit it's cool now we've got this oh yeah are you two done? in der Axt ist besser als so ein Weckschraubenzieher oder Schraubendreher du kennst nicht Zugangwerkzeug verdammt diese Steuerung wann kennst du why don't you guys lag behind just in case this goes to hell okay we'll be right behind you ich bin naja vorne aber da ist guckleucht du kennst och du outgoing bl Weg damit. Die kommt auch gleich nicht. Mhm, das ist es. Eigentlich nicht. Ich hab'n... ...medaillische Exekution vollzogen. Im Ernst, das ist nicht grad schön. Nein. Wir gehen nicht, glaube ich. Nein, nein, nein. Sie ist in Trouble. Miss, wir kommen in. Oh, Mann. Schon wieder diese... Mhm. Stop, just stop! Ich komme raus. Okay. Du bist verletzt. Oh, Gott. I said, stay away. We need to get you help. It's too late for that. Guys, she's been bitten. What? I told you, I said, go away. I'm bitten. But you wouldn't just leave. Let's calm down. You could be fine. I won't be fine. My boyfriend was bitten. You get sick and you die. And you come back and you kill anything you can find. Erstmal alles mit der Ruhe. You have a boyfriend? You have a boyfriend? What? I don't want that. It's not Christian. Please. Just leave me. Please go. Was so? Come with us. We'll find you some help. Oh, Mann. You have a gun. So? Can I borrow it? What do you mean borrow? Give it to me. Give it to me. I can just, you know, end this and then there's no problem. Whoa, whoa, whoa. Please. I don't want to be one of them. They're satanic. They're dead. 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 We can't let you do that to yourself. Then do it for me. We need to get going. Mein Gott. Give it to me. Please. This is crazy. Please. Step back. It's just two seconds. Just one moment. And I can be with my family and it'll all be fine. Miss. Back up. Please. I don't. I don't. Oh, God. Oh, God. No. No. Whoa. Take it easy. Nein. I just want to help. Ganz ruhig. You can't. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Just relax now. Ganz ruhig. You need to think this through. Bitte. We'll find you a doctor. It'll be okay. Let's all just... No. No. Oh, God. Oh. Oh, come schon. Musste das sein? Ich weiß es. Ich weiß es war. Und ich habe noch direkt vor mir noch ein Teller Spaghetti und ich sehe das, ne? Na gut, ich kann sowas schon aushalten. Na klasse. Erstmal machen wir das. Glaube. Aber jetzt haben wir die Axt, die wir brauchen, um das Schloss da eine Tür da aufzumachen und naja, den Schlüssel zu holen und dann Larrys Medikamente zu holen. Na, ich will mir das Ding. Na gut, jetzt gebe ich mal Doug mal einen Riegel. Wo, wo ist, ich glaube ich renne in einem Kreis. Ach, hier. Ich weiß. Ich glaube, Lee wird zu fett. Er kommt nicht mal da, du hast. Natürlich. Was? Ähm, das habe ich auch nicht geplant. Unnötig, den Lärm zu machen. Das habe ich wirklich nicht geplant. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Äh, nee. Es wird nicht mal neun Jahre geklärt. Glaub mir. Nicht mal neun Jahre wird er Mist geklärt. Mhm. Offensichtlich. Ja. 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 Jetzt ist die Zeit. Be careful. Keep an eye out, will you? Hey, bud. I don't know what happened to mom and dad, but I know if you were there, you would have died for them. So, yeah, you can assume that's what happened. Did you find them yet? Give me a second. I'm sorry, I'm sorry I wasn't here.